Solidarität heisst für mich ein Miteinander, ein Füreinander da sein und einstehen. Kurz gesagt könnte man sagen, Solidarität ist gelebte Nächstenliebe. Gerechtigkeit ist mir wichtig, weil es eine Basis ist für einen guten und friedvollen Umgang miteinander. Gerechtigkeit gibt in einem Staat Stabilität und fördert das Vertrauen der Bürger in der Staat. Mir ist Gerechtigkeit ein Anliegen, weil ich mir wünsche, dass es den Menschen gut geht, dort wo sie leben. Ich engagiere mich in der EVP, weil ich dort die Welt leben kann, die mir als Christ wichtig sind. Für mich ist Nachhaltigkeit ein zentraler Wert, weil es entscheidend dafür ist, ob gutes Leben möglich ist und möglich bleibt für alle Menschen. Seit ich weiss, dass mein Lebensstil und dieser von uns Schweizer nur möglich ist, auf Kosten von Umwelt und vorhandenen Menschen, engagiere ich mich für meine Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit 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 Nachhaltigkeit